Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ghost Raccoon Breakpoint was falsch ist weil wir Whiteland spielen. Breakpoint kommt danach. Sorry. Genau mal schauen was hier ist. Ach genau ich habe ja in einer Session oder in zwei drei Sessions bevor ich das wirklich das Display hochgeladen habe habe ich schon so einiges aufgenommen also einiges einiges also ich glaube ja fast komplett hier und genau das deswegen wusste ich nicht dass ich die Radios ausmachen muss weil das nämlich wo sind denn hier jetzt alle ich sehe keinen wahrscheinlich in den Gebäuden drin die Leute suchen und dann kann ich wieder ich bin nicht so multitasking wo sind denn die? sind die in der Höhle oder was? I don't get it ok dann gehen wir halt blind rein genau ähm die Radios in äh in den Autos die sogar so coole Mucke gespielt haben Augen auf! Es sind Gegner in der Nähe! ja aber ich sehe keine ähm kann ich hier rein nehmen natürlich? genau die haben ähm natürlich äh ja auf YouTube das ähm getriggert das ähm ähm ja ich ich dann darf die ja quasi nicht äh hochladen beziehungsweise ähm äh urheberrechtlich äh ist das halt ein Scheiß hier ähm also solange ich äh nicht monetarisiere ist hoffentlich alles in Ordnung ähm weil sonst ist es nämlich so dass ähm wenn ich monetarisiere ähm äh bekommen entweder die das ganze Geld was ich ja mit den äh Videos einnehme was äh an sich äh nichts ist also momentan also momentan kann ich noch gar nicht äh monetarisieren ähm das war übrigens auch eine Frage die mir gestellt wurde ob ich mich einfach ähm ähm ja Werbung stellen kann damit ich äh irgendwas verdiene das fand ich ja voll die nette äh Frage äh aber ne ähm ich brauch dafür noch äh paar mehr Abonnenten äh Klicks hab ich äh äh ähm insgesamt genug aber ich brauch auch eben ich glaube man braucht insgesamt 1000 äh Abonnenten um Werbung stellen zu können wo sind die Feinde ich check's nicht ähm genau und äh eben das mit der mit ähm den Liedern das muss ich eben jetzt äh das äh das muss ich jetzt eben ausmachen die Radios leider die haben ziemlich äh cool zur Atmosphäre beigetragen aber es kann halt auch sein ähm wenn zum Beispiel jetzt Artikel 13 ähm ziemlich blöd kommt äh wir wissen ja noch nicht wie sie das jetzt äh wirklich um umsetzen wollen ob sie jetzt ähm ähm komplette Zensur machen oder ob sie das ein bisschen äh realistischer sehen äh also beziehungsweise realistischer sehen wäre wirklich äh vollständige äh Zensierung äh weil im Moment äh ja weiß man nicht wie äh wie die es machen wollen aber ok ähm darüber wollen wir jetzt nicht reden weil ich will jetzt endlich mal diese blöden Feinde sehen alles klar bei uns ja bei mir auch abgesehen davon dass ich keine Feinde sehe ähm genau es kann nämlich auch sein mit der Urheber ok komm ich da rein kann ich, ah das kann ich sprengen äh mit der äh granate fliegt na dann wow ähm ähm mit der ja Entschuldigung wie gesagt ich bin nicht ähm multitaskingfähig ähm mit der äh urheberrechtsverletzung die äh da ist weil ich paar Sekunden das Lied hatte ähm kann jetzt so sein dass entweder eben das mit der Werbung dass die ja die ganzen äh Einnahmen bekommen oder äh dass ich das Video rausnehmen muss und das äh das kann eben auch sein und dementsprechend mache ich jetzt für das letzte ähm die letzten Let's Plays mache ich hier das aus und ich glaube ich habe die Feinde gerade gesehen gefunden habe sie gefunden oder Drohne fliegt da ist einer mit Maschinenpistolen ich habe hier einen Generator mhm ich sehe ein zweites Ziel Vorsicht Sicario mit einer Maschinenpistole sag mir wo direkt beim Käfig siehst du alles ok alles ok so eigentlich müsste der jetzt kommen ne weil es ist dunkel ne das ist mir egal das ist dunkel das ist hab noch ein Tango alles gut alles gut wenn es dunkel ist wie kann man mich sehen das ist unlogisch weil er schau mal also entweder das sind ultra heftige moderne Prozent nach sich gerät Prozent Sonnklaas Dinger oder es ist halt einfach nur Prozent Sonnklaas 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 da ist eine montierte Waffe ich sehe noch einen Tango mhm das ist ja ein krasser Typ der hat hier unten empfangen Hi Ah hier seid ihr cool kann ich die ausmachen ja ja aber das licht ist trotzdem noch dran gut nice so dem 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 in der nähe treiben sich gegner rum ich sehe einen Narko mit einer MP bei dem Container mhm das sehe ich auch wir gehen gehen wir hier lang mhm was ist hier denn ah hier hätte ich auch herum gehen können okay sorry sorry wieder zurück zurück wir haben Gegner in der Nähe ja 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 weil du das siehst Idiot ja 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 ich finde es lustig dass die hier so geht ja ich finde es lustig dass die hier so geht ich finde es lustig dass die hier so geht es zumindest ja ja da kommt das ist klar machen ja auch kein gar kein Licht hier so dann ja mal was haben wir denn wir haben jemanden wachgerüttelt wahrscheinlich weil wir alter ein bisschen verpackt ist es schon wahrscheinlich weil wir hier so laufen und die sind über uns und wieso könnten wie im wieso soll man das licht ausmachen wenn die einen trotzdem sehen das ist ja voll dämlich ja wie denn wir sind schon wir sind unter der erde sauber und das war es hier hier geht es nirgendwo hin doch hier vielleicht habe ich ja auch ein bisschen verpackt dass die lichter eigentlich an sind wir haben sie aufgescheucht okay wenn es so wenig bringt das licht auszumachen mhm die kommen hier lang was haben wir tun hier mit maschinenpistolen mhm 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 okay Genau, das ganze war dann wirklich unten. Gut gemacht. Räumen wir auf und dann weiter. Gut. Also. Granate fliegt. Oh. Die waren schon tot. So. Wir haben verdammt noch mal Verluste. Haben Verluste. Was? Oh, okay. Auf den Boden. Hubschrauber. Na geil. Halt durch. Ich komme zu dir. Halt durch. Mach den anderen. So eine Scheiße. Oh. Deoni, da steckst du dich vor. Das Arschloch. Hubschrauber. Auf den Boden. Ist das wunderschön. Auf den Boden. Hubschrauber. Auf den Boden. Hey. Hm-hm. Ein Hebel, der Auswünftslang. wird ihn doch mal runter hier Einer weniger Unter, alle runter, Heli Shit, Deckung Granate Was für ein Quark So, erstmal was trinken Bei mir sammeln In Bewegung Da habe ich ja, komm nach Schluss Jetzt sind wir leicht in der Zange Aber nur leicht Also, da oben ist einer Da ist einer, da ist einer, da ist einer Da ist einer Da drüben ist einer Da drüben ist einer Und hinter uns sind auch welche Gut Ich schalte mal den Scharfschützen aus Gut, die beiden, die bin hier zurück Durchatmen Gut Dann würde ich sagen Die fahren jetzt alle weg Dann würde ich sagen Ja, in der nächsten Folge Werden wir hier das Auch befreien Und säubern Und, äh, mal schauen Vielleicht, ähm Ja, bisschen weniger Ja, blablabla Wir haben uns nicht zurückgezogen Wir haben uns mal reformiert Und greifen jetzt an Gut Aber erst in der nächsten Folge Danke für die Zuschauen Bis zum nächsten Mal Bye Bis zum nächsten Mal